Musik 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 Boah, dann werden endlich mal wendig Köpfe abgeschnitten Ja man Musik Das Geilste am Spiel finde ich auch den LKW-Fallern Musik 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 oder so kann man da so rüberfliegen? Ich glaube schon. Aber wenn die sich drehen kann man glaube ich so sagen. Oh geil. Ich wollte schon immer Astronaut werden. Männlicher Beruf. Kann ich den Bruder? Alter. Guck mal wie viele zerbrechliche Dinger es hier gibt. Ach hier kann man so satt gut rüber schießen. Oha du kannst das einfach hier drauf liegen und dann einfach rüber schießen. Oh. Ja außer die zerbrechlichen dann aber ja mach mal. Ich glaube der geht nicht. Obwohl, Moment. Hey wo bin ich? Und jetzt? Ach so. Oha. Aber der eine muss hier ja auch an sein. Der hier. Sonst fällt es runter. Ja. Ja. Wollen wir dann nicht mehrere drauf legen? Ja aber geht ja nicht alles. Wupp. Viele Sachen fliegen auch einfach wieder runter. Okay alles klar die zerbrechlichen Sachen gehen nicht. Ja doch wenn ich es fange. Ach so okay alles klar. Warte. Und da unten kannst du es glaube ich auch rüber schießen zu hier hin. Wir können alles einmal so im Kreis rum. Ne das reicht nicht bis du THC ey. Ja warte. Bei mir läuft grad noch nicht. Hier 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 hier. Jetzt. Ja wir wollen testen ob das so läuft. Ne muss. Oh. Oh. Fast. Was? Ja du. Du kannst das nicht genau steuern. Wohin? Ja doch. Fast schon. Hier alles hier rüber. Oh. Ist ein bisschen wei. Ja deswegen ja. Hier wird das nicht mehr angezeigt. Ja aber ich sehe es ja dann. Versuch es einfach. Ach ich kann damit rüber springen. Oh wie geil ist das denn. Versuchen wir es weiter? Nein. Aber. Wir können hier einfach rüber springen damit. Warte nicht jetzt. Oh doch. Hat grad noch geklappt. Ich glaube viel einfacher so. Nooo. Alles rüber. Jetzt nimm du die zerbrechlichen Sachen. Wie gut ich denn ey. Achso. Das kann man gar nicht mehr. Achso. Das kann man jetzt glaube ich nicht werfen. Auch wenn das Ding nicht angeht ey. Wie wenn es nicht angeht. Geht das trotzdem rüber. Achso. Ah ok. Weil spät ist es wenn es runter fällt. Fällt es wieder hoch. Das Ding wieder an. Hier. Hier. Hast du es alleine rüber treibt? Ja. Ich habe einen ganzen Drucker alleine rüber getan. Ups. Habe auch einen Ball runter geschmissen. Ja komm ey. Ja komm die großen dann komm. Super. Hier. Was ist denn noch da unten ist das? Komm back. Back. Lass das gleich. Ich mach das. Ich mach das. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Links, 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 links. Links runter, links runter. Ach, ganz runter. Ja, ja, komm. Ich geh grad. Komm, der geht nicht. Warte. Einfach rüber, so, so, so. Ah. Jetzt schießen. Warte. Warte. Oh, geil, ey. Dir auch das große Ding noch. Komm. Warte. Oh, geil, ey. Gott. Bisschen blöd, hm? Ja. Ja. Hey, ist diese Propeller auf dieser Seite nicht an? Nee. Nee. So, es fehlt uns. Auf dieser Seite hier. Da, wo ich bin. Und der, der da so schwebt? Die sich rüber. Ah, okay. So, noch ein. Hier. Da ist noch eine Blasteteil. Aha. Warte. So, jetzt gehen die zwei. Ah, okay. Sind hier noch große Sachen? Ja, da ist auch ein Bad, ey. Oh, ja, komm. Fuck. Oh, shit. Was ist denn der rote Hebel? Was machen wir denn? Der rote Hebel lässt diese Propeller und diese große aus. Ach so, ja. Dann macht es ja Sinn. Oh, ja. Und da sind jetzt auch für die neue Pläne. Oh, ja, ich hab das Gefühl. Ja. Oh, ja. Oh, ja, nein. Oh Gott, oh, ist das Ding wieder rausgeschoben. Reinschieben. Ist durch. Ist so ein Space-LKW jetzt. Ja, Mann. Macht Sinn, ne? LKW und Raumschiff. Richtig männlich. Richtig geil. Ja, Mann. Voll geil. Fast and the Furious. Film-Serie. Mit Star Wars und... Endlich Sinn. Ich hätte einfach nichts sagen sollen. Warum? Sei lieber froh, dass wir mit dir dieses Mädchenspiel spielen. Ich will viel lieber rumballern. Richtig geil. Die Leute den Kopf wegschießen. Ja, Mann. Oder abhacken. So, da gibt's Feuer mit Farben. Da sind wahrscheinlich Hebel irgendwo oben. Ne. Da sind ein paar Doppeldinger. Da, 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 da sind diese... Da sind Hebel, ja. Da sind Knöpfe. Ja. Ich klatsch froh. Richtig geil. Ich bin so eingeklatscht für nur ein Ei. Ich bin so eingeklatscht für nur ein Ei. Oh Mann, ey. Wie, das reicht jetzt. Wie, das reicht jetzt. Oh, wie, das Teil fällt jetzt runter. Oh, der Drucker. Oh, hast du mich wieder geklatscht? Okay, das reicht jetzt. Ah, du. Oh, du kannst nicht alleine hoch. Oh Gott. Zu weg. Was, wofür, wofür sind denn diese Knöpfe? Welche Knöpfe? Diese blauen. Die machen das blaue Feuer aus. Sicher? Ne. Das läutet doch noch. Ah, wenn man das wegnimmt, läutet. Ah, okay. Ich hab grad das Ding hier in der Luft gefangen. Ach komm, hier. Hier drüben sind so wieder diese großen Tinger. Wie tanzt du? Mit links. Das richtige links. Ah, okay, geil. Ach, wir hatten zu wenig Knöpfe mit den halben Joy-Cons, deswegen. Ah. Äh. Äh. Ja, hier, hier. So. Ja. So rein schieben. Nice. Boah. Boah. Voll viel, ey. Ja, ich hab das Gefühl. Wir müssen das durchdacht da eigentlich machen. Ne, schon. Und wie du stärker bist. Wo kann man den Gap ausschalten? Dann können wir in der Mitte auch endlich reisen. Ich hab mich auch gefragt, wo das ist, ey. Ich hab rot und blau bis jetzt mal. Ach, gelb ist da, rechts. Ach, da unten. Das ist klar. Dann können wir auch hier mal in der Mitte reisen. Können wir jetzt auch aber. Das ist ein ungefährlicher Reise. Sehr gut. Ich dachte, ihr hättet gelb ausgeschaltet. Ja, ich bin mit den Dingen runtergefallen. Aber hier sind nur noch Doppel. Ja, aber mir auch. Deswegen verstehe ich nicht, warum ihr die Einzelteile gemacht habt. Weil wir grad da sind. Dann komm mal zu dem Doppel. Wir gehen dann gerne wieder auf dem Weg. Ah, da können wir gar nicht. Doch, da hoch, ey. Und dann auf diese Plattform. Ah, da. Ja, ja, ja. Kann man natürlich die Tür. Ja, ne? Da hast du gerade. Warte. Ja, da. Oh, das passt nicht. Ne, dann müssen wir den anderen Weg gehen. Oder wir schmeißen können wir den auch nicht. Wie den anderen Weg. Ach so. Aber der Weg ist auch okay. Das Ding liegt schon halb auf der Plattform. Ihr könnt es da abrufen. Wow. Okay, da ist so ein Teil, das liegt schon auf der Plattform. Das wäre gut, wenn der ist abrufen. Der muss schon irgendwo abspringen. Ja, ich dachte, wir wollen den grünen machen. Ja, ich habe gedacht, du bleibst jetzt auf der anderen Seite. Aber es ist ja blöd, wenn ich jetzt woanders abspringe als hier. Ich lasse den vierten Song. Ja. So, was fehlt uns noch? Hier ist noch ein zweiter. Aber damit könnte dieser Propeller artigen. Rechts oder über die Mitte? Äh, rechts, rechts. Und jetzt. Guck mal vor. Alles wieder runtergefallen hier. Was ist denn das? Den können wir reinlegen. Jetzt ist mir auch ein bisschen warmer. Los. 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 Oh Gott. Oh Gott. Ja, dann oben. Oben. Da sind niedrige Teile. Genau. Ja gut. Was fehlt? Drei Teile. Ein Doppel. Zwei Doppel. Geht's hier durch? Ja, aber dieser Propelldinger geht recht gut. Ich mach euch den Weg frei. Nein. Ist er rüber? Kann ich einmal loslegen? Ja. Guck mal wer ist. Und los. Ah. Oh Gott. Okay. Ja, so. Ja. Nein. Oh, was? Oh, der schlängelt da. Ja, okay. Pass. Oh, Mie bleibt hängen. Nee. Nee. Komm. Die letzte Kiste. Das ist jetzt wie? Du musst jetzt am Ende anfassen. Ja. Ah. Oh, reicht. Was ist das für ein Geräusch? Ich bin einfach da mit rein. Ja. Ich bin drauf. Was ist das für ein Geräusch? Boah, ich müsste mich auch warm. Hört mal. Ja. Wollen wir das den Zuschauern sagen? Was? Wie hat sich gerade ausgezogen? Ja, Mann. Manchmal seid ihr echt blind. Jetzt gehen die Views hoch. Das muss jetzt ausdrucken. Nein, 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 nein. Zähst du mal. Was ist das? Das war's so cool. Was ist das? Vielen Dank.